Der Stadtrat Hans Pannow, zuständig für die Grünflächen, hatte vorhin ja zweimal angerufen. Mittlerweile kann man sagen, das Bezirksamt unterstützt unser Anliegen, ausnahmsweise die geschützte Grünfläche als Versammlungsort zu nutzen. Das war auch eine schwere Geburt. Die Versammlungsbehörde ist im Moment vorhin jedenfalls gerade zur Ortsbesichtigung. Da geht es ja nach wie vor um die Sicherheitsbedenken. Aber ich denke mal, wir werden das natürlich dann auf unserer Webseite so früh wie möglich veröffentlichen, ob wir klagen müssen oder ob da jetzt sozusagen eine Genehmigung ausgesprochen wird. Wir sind ja im Gespräch mit der Polizei. Wir haben ja auch immer wieder betont, dass es drei Zu- und Abgänge gibt, also über die Nachbargrundstücke Oststrand und hier zum Jaben. Also, dass es eigentlich von daher keine Panik-Szenarien gibt, weil drei Zugänge sind, glaube ich, völlig ausreichend für so einen großen Stadtbereich. Ja, also wir sehen da auf jeden Fall gute Chancen, dass wir nicht klagen müssen gegen die Entscheidung. Wie viele Quadratmeter hat das Gelände? 20.000. Also man hat 10 Quadratmeter pro Demonstrant, wenn man die absolute Zahl annimmt. Ich glaube, das sind nicht-Düßburger-Verhältnisse, also das müsste reichen. Was ist denn die Aussage von den Protestkosten? Damit ist einerseits die Örtlichkeit gemeint, dass man in dieser Grünfläche, sage ich mal, demonstriert und auf der anderen Seite auch, sage ich mal, diesen kiezkulturellen Ansatz der dezentralen Bespielung und auch der offenen Bühne. Aber es ist auch in gewisser Weise das Besondere, dass es hier sozusagen eine Verknüpfung aus dem Strahlerauplatz, dem Spreepark und dem Jaben gibt. Also diese Art von multifunktionalen Ansatz. Haben Sie das als politische Demonstration angemeldet? Das heißt also, dass Sie dann für die Müllbeseitigung nicht zuständig sein werden auf dem Spreepark? Wir haben versprochen, dem Bezirksamt, dass wir uns ausnahmsweise beim Spreepark ganz besonders darum kümmern, dass kein Müll zurückbleibt. Im Straßenraum ist es ja sozusagen üblich, dass nach der Demonstration die BSA kommt. Im Spreepark wäre das Sache des Grünflächenabends und dem möchten wir gerne so ein bisschen helfen natürlich. In gewisser Weise ist das ja natürlich auch so ein bisschen ein Verweis auf das, was in Madrid oder sonst wo passiert ist, also wo die Empörten sich den Raum genommen haben. Also wir werden da jetzt nicht eine Platzbesetzung machen, aber sozusagen der solidarische Verweis auf das, was dort in Madrid passiert ist, was teilweise in Athen sozusagen da ist, in die Richtung sieht man sich schon selber. Ob es in Berlin auch zu solchen Formen kommen wird, dass man Platzbesetzungen als Protestform statt einer Demonstration mal zukünftig macht. Das ist noch offen, das wird nicht an diesem Samstag entschieden. Ins Grunde der Vergelbe. Aber wir finden es erstmal relativ sympathisch, was dort Leute sich Freiräume nehmen. Und wir denken, also gelebte Demokratie findet genau dann statt, wenn Leute Demokratie auf solchen Orten mal lebendig und erfahrbar machen. Und das ist ein Stück mehr als deutliche Sympathie. Vielen Dank. Vielen Dank.